Am Frühstückstisch mit nur wenigen Klicks noch einmal schnell die Vorlesung vom Vortag besuchen. Das Hasso-Plattner-Institut stellt hierzu einen Großteil seiner Lehrveranstaltungen zum Abruf als Video im Internet bereit und steht mit mehr als sieben Millionen Zugriffen jährlich vorne an in der deutschen E-Learning-Welt. Neben der umfangreichen Präsenz im weltweiten Portal von iTunes U liefert TeleTask das HPI-hauseigene Lehrsystem auch Live-Web-Streams. So können auch Veranstaltungen wie TeleTeaching Next Steps im Netz mitverfolgt werden. Das war in Anfangszeiten eine große Diskussion. Wer konnte denn die Dinge überhaupt sehen? Wo konnte man dann die entsprechenden Player runterladen? Das Symposium versammelt bereits zum vierten Mal gut 60 Wissenschaftler und E-Learning-Experten aus dem In- und Ausland. An zwei Tagen tauschen sie am Hasso-Plattner-Institut ihre Erfahrungen zum Thema Lernen im Internet aus. So ein Symposium ist ein typischer Punkt, mal Kollegen einzuladen von anderen Universitäten zum Gedankenaustausch, um zu hören, wie machen die das, was haben die für Ansätze, was sind deren Erfahrungen. Für alle steht nach bereits über zehn Jahren Lehre im Internet auf jeden Fall eines fest. Längst sind Ängste gewichen, die digitale Lehre könnte den realen Vorlesungssaal ersetzen. Vielmehr sehen Experten in den neuen technischen Lehrmöglichkeiten eine sinnvolle Ergänzung. Besonders fortschrittlich zeigt sich hier unter anderem Luxemburg. Das Land bietet seinen Lehrern bereits eine Online-Plattform, die diese beim Aufbau von E-Learning unterstützt. Die Idee ist nicht, dass Schüler oder Lehrer in dieser Mediathek wühlen oder suchen. Vielmehr ist es eigentlich gedacht, dass Lehrer diese Ressourcen nehmen und ihre eigenen Kursunterlagen auf MySchool bauen. Und die Mediathek ist also nur eine Kiste an vielen Multimedia-Elementen, die vorhanden sind. E-Learning kann durch die Verbindung mit multimedialen Inhalten neue Lernmöglichkeiten bieten. Und ein weiterer Next Step, in dem sich der Lernende aus all diesen Inhalten, die für ihn passenden, zusammensucht, verknüpft er sie zu einer maßgeschneiderten Zusatzausbildung. Im Grunde genommen müssten wir eben durch die Technologie uns auch überlegen, dass die Vision des vernetzten Computers, also das Hypermediale und das über die eigenen Grenzen hinaus, das ist der entscheidende Punkt dazu, der uns ermöglicht, ähnliche Strukturen aufzubauen, wie sich in der Vernetzung in unserem Kopf darstellen. Damit diese Inhalte aber überhaupt genutzt werden können, müssen sie leicht konsumierbar aufbereitet werden. Die Darreichungsform von E-Learning-Inhalten rückt somit immer mehr ins Zentrum. Auch weil die digitale Aufzeichnung selbst immer mehr zur Normalität wird. Bei uns haben Vorlesungsaufzeichnungen sozusagen die Vorlesungsskripten ersetzt. Keiner schreibt mehr ein Vorlesungsskript, sondern es gibt eine Vorlesungsaufzeichnung zu jeder Vorlesung, die wir anbieten. Aber wie arbeitet man mit einer Vorlesungsaufzeichnung, das weiß man nicht richtig. Und das muss man versuchen herauszufinden. Noch während sich die Experten mit dieser Frage beschäftigen, wächst die Menge an Lehrinhalten im Netz stetig weiter. Allein das HPI bietet derzeit bereits über 3000 Videoclips an, Tendenz steigend. Doch gerade in dieser Datenfülle muss der Lernende schnell und einfach den Inhalt finden können, den er sucht. So gewinnen neue Suchmöglichkeiten immer mehr an Bedeutung. Wenn ich mich in ein Thema neu einarbeite und versuche zu lernen, dann kenne ich mich oftmals in dem Thema überhaupt nicht aus. Dann werden die Fragestellungen viel komplexer. Und ich muss Suchen eingeben, die mir erstmal wieder Hilfen geben, weitere Suchen auszulösen, um schrittweise quasi zu einem Ergebnis zu kommen. Und das nennen wir explorative Suche. Damit eine solche Suche erfolgreich bearbeitet werden kann, müssen Videovorlesungen mit Metadaten versorgt werden. Daten, die der Suchmaschine beschreiben, welche Inhalte das bewegte Bild enthält. Da die Sprache hierbei einen wesentlichen Bestandteil von Vorlesungen bildet, ist ihre Aufnahme in die Verarbeitung von Suchanfragen essentiell. Hierzu jedoch muss das gesprochene Wort zunächst ins Geschriebene überführt werden. Diese Transkribierung hat einige Hürden zu überwinden. Also das ist im Speziellen halt, dass die Vorlesungen häufig doch sehr spontan gehalten werden. Das ist keine gelesene Sprache. Und dadurch ist die Verschriftung, die automatische Verschriftung mit Sprachtechnologien ungemein schwerer. Der Herausforderung, genau an dieser Schnittstelle zu arbeiten, hat sich das Hasso-Plattner-Institut mit einem seiner Forschungsprojekte angenommen. Eine Doktorarbeit bearbeitete 2009 ausführlich das Thema der Sprachtranskribierung und bildete mit die Basis für die aktuellen Software-Resultate des Teletask-Teams. Zurzeit konzentriert sich die Arbeit auf die Perfektionierung der Software-Umsetzung einer automatisierten Sprachaufbereitung. Dass wir solche Stop-Wörter rausfüllen, dass wir Pausen weglassen, dass wir relevante Wortstämme nur drin haben. Also die Bereinigung dieser Daten, das ist eigentlich ein großes Gebiet. Und natürlich auch die Suchinterface möglichst intuitiv zu gestalten, sodass der Nutzer schnell an den Punkt kommt. Nahezu fertig programmiert ist dieses Suchinterface, das nun auch im gesprochenen Wort der HPI-Vorlesungen suchen kann. Und hier gebe ich dann meinen Suchbegriff ein. Ich suche jetzt einfach mal nach dem Begriff Internet. Und dann gibt mir die Datenbank vom Prinzip her genau die Bereiche in den ganzen Vorlesungen zurück, wo der Begriff Internet relevant häufig an einer Stelle vorgekommen ist. Und ich kann dann hier draufklicken und mir die Worte in der Nachbarschaft dieses Begriffes anzeigen und kann sozusagen in explorativ in diesen Nachbarschaftsworten umhersuchen. Und wenn ich dann meine, okay, das ist die Stelle, die ich suche, dann kann ich natürlich das Video genau an der Stelle auch starten. Also eine ganze Reihe von ganz neuen Möglichkeiten, die diese Internet- und Webtechnologie geboten hat. Doch Schluss ist beim gesprochenen Wort für das HPI beim Thema E-Learning keinesfalls. Neben den quasi automatisch generierten Metadaten aus der Sprachtranskription gibt es natürlich viel, viel mehr Quellen noch, die wir auch alle untersuchen. Also das Tele-Teaching bietet auf jeden Fall für uns noch viel Arbeitsfeld und viele Herausforderungen für die Zukunft.